Alles klar Leute herzlich willkommen zurück zu Need for Speed World und heute sind wir alle wieder zusammen, der Dome, der Freddy und die Wallachei und alle. Es geht ab Leute und was zocken wir denn hier eigentlich? Der Dome kann das erklären, der kann das am besten. Nein. Doch. Also im Endeffekt wir zocken hier Teamflucht glaube ich. Genau. So sieht es ziemlich aus hier. Warum seid ihr so schnell? Nicht so langsam? Es liegt am Skrrr. Aber übrigens habt ihr schon das neueste gehört, Need for Speed World wird abgesetzt. Das ist auch in den Kommentaren gelesen. Ja Nick? Ja in den Kommentaren wurde das erwähnt, ja. Wird eh nicht abgesetzt. Ich habe es aus den Kommentaren erfahren. Ich auch. Warum sollte es abgesetzt sein? Werden? Weil sich das nicht mehr lohnt irgendwie. Wir sind zu wenig Spieler und EA hat gesagt, nö! Ihr Luis, wir machen das nicht mehr. Voll scheiße. Also ist tatsächlich wirklich kacke. Und die meine auch, dass ihr Spielschema sich geändert hat und deswegen kann Need for Speed World da nicht mehr mithalten. Ja. Sind die irgendwie schwul? Ja. Net hart. EA ist so schwul, das ist so unglaublich. Also nicht gegen Schwule, aber EA ist schwul. Und ich mag EA nicht. Oh mein, wer ist jetzt schwul? Wer ist EA? Ah. Logic. 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 Wartet hier mal ein bisschen. Ich bin langsam. Ich bin kein D-Zug mehr. Ich glaube, so was die Bremse kenne ich nicht. Alter, man ist kein D-Zug. Der Bremse verliert. Du weißt das doch, Dome. Ja. Ja. Faul, das stirbt. Aber entspannt hier um die Kurven cruisen. So sieht's nämlich aus. Die Straße bei euch ist gesperrt. Die Straße bei euch ist gesperrt. Dann machen wir mal... Ne, warte. Das geht doch. Boah. Boah, shit. Schnell mit keinem Bus hier reingehauen. Shit. Zack, 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 zack. Oh, oh, uh. Digga. Sorry. Das war nur mal mit den Rhinos, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Heute ist ja auch der erste Need for Speed Most Watered Part an den Start gegangen. Aber da kommen nur drei Parts, von daher das ist ganz easy locker. Den passiert nicht so viel, dass es auch einfach die Spielekiste braucht. Ne, normal, normal. Okay. Ja. Need for Speed Most Wanted. Klassisches Spiel auf jeden Fall. Das geilste Need for Speed der Welt. Nein. Doch. Need for Speed 2. Für die PS1 oder was? PS2. Need for Speed hat nichts auf PS1. Ach. Doch. Also meines Erachtens schon. Nein. Need for Speed 1 ist nur auf PS2. Es gibt kein PS1 Spiel von Need for Speed. Echt? Doch, meines Erachtens schon. Ich hab doch, äh, ich hab noch nicht für Speed 1 auf dem PS2. Echt? Ja. Ja. Jawohl. Ich bin kein PS1 Spiel von Need for Speed. Ich, also nicht euch wissen. Ich hab das, ich glaub ich hab das schon gespielt sogar. Ich nur... Du hattest mal ein PS1? Nee, aber beim Kollegen hab ich das gespielt. Scheiße, ich bin immer Nagelbrenner gefahren. Kann das... Ja, du hast bestimmt ein Repair dabei. Ja, hab ich. Irgendwas hab ich jetzt drückt. Du hast alles durchgedrückt. Alles gemacht. Scheiße, ich bin falsch gefahren, egal. Heiß ich auch. Ich hab jetzt Umweg gehalten, nämlich jetzt. Okay, noch eine Minute... 40... Ist locker. Ja, aber ganz locker easy kriegen wir das, würd ich sagen. Boah, ich hab richtige... Richtige... Boah, ich hab voll den Umweg gefahren, glaub ich. Ich auch. Freddy hat bestimmt mir den richtigen Weg genommen, ne? Freddy. Nee, ich bin erst auch einen Umweg gefahren, aber die... Zweit bin ich vernünftig gefahren. Jetzt komm ich gleich ganz... Locker ins Ziel. Ja, noch nicht durchziehen, ne? Ja, ja, ich warte da. Hab wir ja schnell den letzten Punkt erklärt. Den letzten Part. Ach Janik, was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Du hast doch früher so gut. Bin ich immer noch. 60 Sekunden bleiben zur Flucht. Du 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 du. Heilige! Kacke, kacke, kacke. Ah egal, das kriegt ihr. Keine Verwarnung mehr. Ich weiß, weil der durchgefahren ist. Ja, mich hat so ein Bulle da reingeschlupst. Aber kriegst du hin. Easy. Ja, müsst durch sein. Perfekt. Locker easy. Locker easy war das. Das gibt ein Radar. Das gibt ein Radar. Radar. 11.000 bekommen. Grüne Tönung. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Noch eine Runde, sagst du? Noch eine Runde dran, ey. Mal brabart. Zart. Voll cool, ey. Ach ja, wie das schön entspannt hier eine Minute. Chillin. Ja, Nick freut sich. Ich freue mich darüber aber. Ey, ich hab eben. Dann ruf mich an. War das meine Sprachnotiz? Ja. Alles klar. Dann ruf mich an. An wen war die? An mir. Ähm, apropos, wir nehmen gleich einen Ethos bitte auf. Ja, das wollen wir nicht weiterhören. Ich hab mir hier übrigens ein bisschen was aufgeschrieben. Ich hab neulich mal Parts durchgeguckt. Und, äh, ich hab mir so wie Ausraster aufgeschrieben, ey. Mir ist auch gefallen. Ich raste ja so oft aus. Aber hier. Dass ich rumfluche und so. Oder dass ich rumsinge. Leute, das ist ja schön. Echt schlimm. Dein Singen ist echt genial, muss ich sagen. Wirklich herr- angenehm herrlich. Ja, ich hab in ein paar 17... Oh mein Gott! Pfff. Ein paar 17, drei Minuten, denke ich, Manni, boy. Steige ausgedäck. Dreh den Swag auf. Chat, Ale? Ja. Hallo, hallo. Ja, mhm. Okay. Alles klar, okay. 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 Oh. Mehrere Verdächtige. Oh. Oh. Oh, du bist so ein Rowdy, Janik. Warum musst du die mal alle töten? Keine Ahnung. Janik, ahnst du noch auf... PS2 Need for Speed Must Wanted? Ja. Oh, Alter. Der ist so weggefetzt. Das war so krank. Oh. Der hat mich gerade gerannt. Lol, bei mir... Ich muss mal kurz auf. Haut rein. Alles klar, bis denn. Der Freddy ist eiskalt weggegangen, jetzt mitten hier in der Session. Ich glaub das nicht. Und Dome läuft bei dir. Scheiße, es liegt! Nein, jetzt wird er die ganze Zeit gepackt. Ich dreh durch. Dorn Song, babe, wurde gepackt. Nur weil er weg ist. Nein! Nein! Jetzt ist er wieder hinter mir da. Aber er fängt... Nein! Fährt er nicht? Nein! Er fährt nicht! Nein! 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 Freddy, fahr! Ja, bitte mal. Ah, scheiße! Nein! Das ist heute mal gepackt. Oh, nein! Das gibt das ja nicht! Mann, ey! Das kann nicht sein! Ruft hier bei mir so ne Glaserei an, ey. Kann auch nicht sein. Hallöchen! Ja, warum geht doch dran halt ums Spiel? Ist so. Kann ja sein, dass es wichtig ist. Geht doch mehr! Ja, bitte! Boah! Ich hab so ein Tellerfresser bei uns zerschossen, deswegen. Du bist kaputt gemacht? Ja. Ach nein, mein Bad Boy. Richtiger Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy! Oh! Bad Boy, Bad Boy! Haha! Genial! Alter, ich bin hier gut eingekesselt. Guckt ihr euch an, was da für ne Meute hinter mir ist! Das ist ja unglaublich. Lol! In dem Moment geht dieses Dings weg. Bad Boy, Bad Boy! What you gonna do? Nein! Ich fahr' mir voll dagegen auf, ey. Ich fahr' mir. Oh! Äh, nein, 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 der hält nicht an! Der hält nicht an! Nein, 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 der hält nicht an! Der hält nicht an! Nein, nein! Nein, nein! Ah, fuck! Mach mal einen Jub! Jub! Katerpult! Mach keinen Katerpult! Oh! Wir haben nur noch eine Verwarnung! Oh! Katapult! Alles weg! Oh! Oh! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Ich war kurz vorm bastel... Gebastelt ihn, alter! Ich war so knapp da drinnen einfach nicht. Ja, ne, ich krib die am Arsch! Was geht? Wow! Heilige! aufeinander liegen ja so soweit ist es schon die wollen mich nämlich alle okay die wollen noch viel mehr als so in der tat eine verrückte der rechten spur liegen nagelbänder hat er gesagt das kann man nicht jetzt hier rechts durch jannik rechts ja ich bin ja nicht du bist so ein opfer ne ach das ist dumme was ist denn los mit dir ne null verwarnung mit null verwarnung was habe ich denn gemacht oh ja ja jetzt bin ich schuld weil du nicht warte mal die geschwindigkeit über diesen mazda ist echt genial ich war falsch ich bin glaube ich gepackt jetzt gleich nein 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 ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe es geschafft ich habe es geschafft bei der gleich umdrehen weil die jetzt umdrehen jetzt umdrehen wir hochfahren ich bin dabei komm ich schon die machen um an hier Nenene 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 Erfolg erreicht harter Typ St du erhältst und Erfolg Fluchtfahrer und noch eine Runde ja aber bevor wir eine neue Runde machen was das jetzt erstmal mit dem Bart Abt und Prozent und er hat auf jeden Fall von dem Prozent St und wir sehen uns auf jeden Fall alle hoffentlich morgen wieder wie Prozent wieder ich kann nicht sprechen und bis dahin die Leute aus Kiro spritzen natürlich nicht vergessen heute mal hier ist weiterer kristin viel Spaß nun bis dann bitte dann bis dann bis dann Vielen Dank. Vielen Dank.